...angeschissen habt. Moment, reiß euch ab! Ey, ey, Ruhe, Ruhe! Ich seh schon wieder, äh, äh, Konflikte im Publikum. Also, wir Leute, die uns gegenseitig anscheißen, sind ja jetzt gerade an der Stelle, wo Homosexuelle vor 50 Jahren waren. Beim Aufbrechen der Tabus. Aber ich will nicht, dass hier irgendwelche Grenzen zwischen... Ja, da applaudiert einer. Meiner! Einer! 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 Ich will nicht, Bruder! Einer! Einer! Oh, du, 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 du! Einer! Mach das mal heute nach! L-l-l-l, L-l. L-l-l-l, L-l-l, L-l-l. Okay, okay... Nach dem Anschläussen kommt was... ...Aéner afternoon! Und zwar... Ei... Ich bin immer noch wahr, wo ich mich so glücklich habe, denn ich hab' ich mir nie verlaufen. Mit Menschen werden Friede runter in den Meer und ich frage mich vor manchen Augen. Ich stecke nie mit voller Pfeffer in den Augen, denn ich kann es einfach nicht mehr halten. Sein Punkt ist der Böse, wo ich siehe und meine Freunde, die ich meine auch verweiten. Ich kann doch gleich sein, die Hoffnung, ich habe auch ein Bild. Ich bin immer noch wahr, wo ich mich nicht mehr so glücklich habe, denn ich bin immer noch wahr, wo ich mich nicht mehr so glücklich habe. Ich kann mit der Herz vor den Türen, endlich wieder Segeln, ich bin kein Pfeffer, kein Scherwander, kein Scherwander, ich bin ein Pfeffer, unter Frauen in der Bibel. Ich bin nicht reich, wo weiß ich auch, wenn wir da drinnen. Die Nachbarn kümmern ja noch mal eine Segeltür, wir müssen ja erst mal ein Kälber und Regenschirm. Ich bin nie ein Kug und frei, ich bin ein Kug, ich bin ein Kug, ich bin ein Kug, ich bin ein Kug, und ein Kug und ein Kug und ein Kug. Ich bin ein Kug und 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 ein Kug Ich bin schon ein bisschen im Arsch, muss ich zugeben. Seid ihr auch im Arsch?